Schöne Bewegung von Prentice Hupp. Europäische Karriere begann. Dann nochmal Hupp gegen Winston. Hupp. Der spürt es früh. Und Jerry für drei sehr gut rausgetippt. Hupp ist da. Hupp ist da. Krass. Aber klar, sie werden in jedem Fall noch einen Spieler holen. Weil er bepp. Attackiert über die linke Seite. Das sind allein die Zahlen der letzten fünf Spiele in der Euroleague. Und da geht es schon wieder ganz schnell nach vorne aus dem Einwurf. Bei Ludwigsburg läuft es. Nach dem Switch vielleicht die Chance für Jerry. Ja, wir sehen schon, dass er da versucht, gegen den Big Ben ein bisschen Platz sich zu verschaffen. Pola Spatrono. Dreierquote bei den Münchnern. Bleibt schlecht. Und der Drang zum Korb bei Ludwigsburg. Da war so ein bisschen Kontakt. Aber ich glaube, das war auch korrekt mit dem No-Call. Winston auf der anderen Seite. Mal ein schneller Abschluss. Dann haben sie Glück gehabt. Winston gegen Jake Patrick. Gar nicht auch in das System gepasst hat. Leichte Punkte für Winston jetzt im Auftrag. Der Pass geht raus. Frecher Dreier von Prentice Saab. Sau freches Ding. Der Step-Back. Das ist Wahnsinn, dass da beim Rebound auch überhaupt gar nicht mehr gearbeitet wird auf Münchner Seite. Pola Spatrono gegen drei Rote. Da haben wir nochmal den Rebound. Schauen Sie mal hier. Pola Spatrono. Und ihr, der da einfach. Wimberg schaut zu. Bonga lässt sich in Kurven. Wenn du als Mannschaft eine solche Reaktion hier heute zeigst, dann signalisierst du, dass doch vieles in Ordnung ist. 96, 68. Die Münchner mit einem komplett gebraucht. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.